Herzlich Willkommen, mein Name ist Lökomotive, SMF Ghost, Fabian, wie auch immer ihr mich nennen wollt. Das hier ist das Unboxing zu dem Gewinnspiel von GGC. Ich habe das Headset von Russia gewonnen, also das Unikat, sag ich es mal so. Ja, und dann fangen wir gleich mal an. Ich muss dazu sagen, dass hier der Karton war schon offen, weil ich es verpennt habe, dass wir ein Unboxing machen sollen, aber egal. Ja, erstmal hier, Hamburg, Berlin, so, dann machen wir es mal auf, also ganz auf. Als erstes hier ein netter Brief. Lieber Fabian, wir vom GGC hoffen, du hast viel Spaß mit dem Headset und kannst es gut gebrauchen. Liebe Grüße, German Gamer Clan. Snipemare, Herzchen, Russia, Herzchen, Quickscope, Kreis. Okay, Dankeschön, netter Brief. So, als erstes kommt hier irgendein Kabel auf mich zu. Das soll man anscheinend, so wie es mit Kabeln ist, da anschließen am Headset. Ich habe keine Ahnung davon, ich werde es später rausfinden. So, dann hier noch mehr Kabel. Input, Output, keine Ahnung. So, dann hier erste Folie aus Luftfläschen. Und da ist es schon, das Steel Steel Reset Set vom Russia. Wunderschön, danke. So, letzte Folie angehoben. Wieder so eine Luftfläschenfolie. Und was haben wir hier? Papier. Ein kleines Heftchen oder sowas ähnliches. Und noch ein großes Heftchen. Steel Steel Reset Spektrum Gaming Headset. Okay. Werd ich mir durchlesen, vielleicht. Und als kleines Gimmick haben sie mir noch ein Kondom mitgeschickt. Ich danke euch. Okay, das war's auch schon. Hier nochmal im Überblick alles, was da drin war. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Glück beim Gämen. Haut rein. Dann wünsche ich euch noch einen Kondom.